Kurz vor Ende des Faschings und somit am Höhepunkt der Krapfenflut machten die SN den Test. Welcher Bäcker macht den besten Faschings-Krapfen? Getestet wurde nach den Kriterien Konsistenz, Geruch, Geschmack und die Qualität der Marmelade. Die persönlichen Kriterien der Tester sollten schließlich noch in einer Gesamtnote abgefragt werden. Also darf nicht so luftig sein, das muss schon, wenn man reinbeißt, muss schon was da sein. Gescheit Marmelade drin, dann passt das schon. Ein guter Krapfen ist, wenn man ein Geschenk kriegt, dann muss man nicht zahlen und ärgert sich nicht, wenn er nicht schmeckt und wenn man sich abhat, die Reinigungsur da drin sein. Ein guter Krapfen ist mir wichtig, wenn man reinbeißt, dass man sich nicht gleich anglatscht mit dem Gewand, dass die Marmelade so vorsichtig und fachmännisch in den Krapfen hineingespritzt wurde. Der piegt schon zusammen, das ist ja nichts. Das kann nur Marmelade. Aber das Anpatzen fällt mir. Ja, sehr. Liegt gut auf der Zunge. Nein, liegt er nicht. Nein, die Marmelade ist nicht gut. Ich habe sie ja immer gar nicht mehr gehabt. Ach so, hier war die die ganze Zeit. Aber liegt gut auf der Zunge, wo er auch auf der Zunge piekt. Alter, es ist viel Marmelade drin. Voll die fette Partie. Nimm du mal den. Hast du das Teller? Ja. Ah, der riecht gut. Ja, der legt sich voll auf die Hüften. Aber der ist fett. Hm. Der ist fett. Nein. Ja. Ja. Die Zuckerpartie. Das ist ja ein sinnlos Krapfen. Das ist kein Krapfen. Findest? Nein, er schmeckt gut. Aber der Gestaltzucker stört daran. Beim Krapfen würden wir keinen Zucker haben, oder? Ja. Da würden wir keinen Gestaltzucker oben drauf haben. Das ist sehr trocken. Das mag ich auch. Ach so. Das ist ja wie ein trockenes Emmel. Super, dann mag ich gar nicht kosten. Mit Marmelade geht es schon ein bisschen. Versteht. Der riecht noch nicht viel, aber das ist viel Marmelade. Wir verwenden alle das gleiche Fett wahrscheinlich. Aber der ist süß. Oh ja. Das sieht aus. Ja. Wenn du schon so rein schaust. Der schaut trocken aus. Das ist ein Schneeball. Das ist kein Staubzucker, das ist nur ein Staub, glaube ich. Das ist von letztem Jahr. Das schickt mir zurück. Da sind die Weihnachtskeks halt drin, die überblieben sind. Voll. Der schmeckt ja auch. Seife schmeckt auch. Also der greift sich noch eher. Das ist ja noch älter. Das geht nicht schlechter. Das ist ein Haltbarkeitsdatum. Klar will ich machen. Und da schreibe ich jetzt richtig weiter. Mit einer Art Suchrätsel. Da haben wir da auch diese Suchrätsel. Die werden jetzt immer klausig oder wie? Ja, die habe recht. Wahrscheinlich sind die sehr gesund, muss man dazu sagen. Wenn sie recht klausig sind. War nicht. Schau mal den Finger weg. Der ist noch drücken. Jetzt kann es ja fast nur noch besser werden, gell? Dann waren die schon viel gut, die ersten. Dann waren die doch besser. Also der Griff ist auch nicht viel besser. Nein. Aber der ist nicht so schlimm. Den lassen wir mit 4 bis 5 insgesamt. Aberhalle. Ja, du bist gnädig. Nein. Die sind. Na trocken. Pfad. Trocken, Pfad. Gut. Dazu. Da gibt es nur noch keine Marmelade mehr. Hey. Der ist für sicher keine Maschinen gewesen. Der schaut auch gut aus. Ja. Der ist laumig. Ui, das ist ja... Stoppzucker. Marmelade kriegt es keinen. Es wird der Spitzenreiter. Marmelade schaut mich sehr gut aus. Ui, der schmeckt ja gut aus. Das ist einer. Das ist er. Danke, dass du dich überlassen hast. Ehrlich. Ja, greift sich gut aus. Ja. Sehr gut. Es ist richtig so. Es ist ein Krapfen. Und die Marmelade rindt raus. Aber auf die Barbara noch was aufheben. Und nutzen kann man sich auch. Super. Passt. Der ist perfekt. Sehr gut. Wunderbar. Also der macht Spaß. Der macht Spaß. Der ist super. Wir werden mal schauen. Mhm. Aha. Mhm. Ja, der schmeckt gut. Das Resümee der SM-Tester ist recht eindeutig. Auch wenn sie es noch nicht wissen. Kleine Bäcker schlagen Supermarkt- und Bäckerei-Ketten. Ja, der vorletzte war super. Die am Anfang waren auch ganz gut. Die in der Mitte haben komplett ausgelassen. Wie wenn sie vom Vorjahr werden. Den gibt es ja fast nichts hinzuzufügen. Jetzt haben wir was da schlechtes gewissen, wenn wir am Anfang so kritisch waren. Ja. Und die in der Mitte haben wirklich gezeigt, wie scheiße das laufen kann. Das war richtig das Kontrastprogramm. Lauter Anfang, totales Loch in der Mitte, eine Versöhnung mit Nummer 7 und ein angenehmer Ausklang beim 8er. Das Testergebnis lässt sich auch am Krapfen selbst ablesen. Vom Testsieger der Bäckerei Funder blieb am Ende am wenigsten übrig. Vom Testsieger der Bäckerei Funder blieb am wenigsten übrig.